So, jetzt kommt der Scheißhaber denn hier durch! Oder was, oder wie? Nein! Was ist denn jetzt? Oder was ist denn jetzt? Oder was ist denn jetzt? Nimm mich jetzt noch, oder was, oder wie, oder warum? Oh, nee! Ich lieg voll in der Scheiße hier! Nimm die Kamera, Miles! Oh, nee, 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 nee! Oh, was ist das jetzt hier? Ach! So, da sind wir wieder. Da irgendwo hockt Schwarzen Eckers Bruder. Irgendwo da vorne. Also ich bin, in der letzten Folge, bin ich auf diesen Leichenhaufen gestürzt. Irgendwie aus dem zweiten, dritten Schock bin ich runtergefallen, voll auf die Leichen drauf. Und hab voll die Paras geschoben. Dann hab ich die Türen aufgemacht hier. Und ein paar Betten gefunden, aber der Scheißkerl hat mich hier aus dem roten Bett hervorgezogen. Und hat mich trotzdem gekillt, die Sau! So, wo bist du denn, Fettsack? Ich muss hier mit den Türen öffnen, damit ich mich dann verstecken kann. Und ich hoffe, dass das diesmal besser klappt. Gibt's denn hier keine Chance, hier irgendwie abzuhauen? Und dann hab ich hier was übersehen, dass man da vielleicht irgendwie weg kann oder so. So, hier geht's auch nicht weiter, oder? Hier irgendwo, irgendwo ist der Fettsack. Ja, jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er wieder! Schnell, 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 schnell! Und Respekt, aber diesmal schneller! So, aber es sieht aber gar nix hier! Das Batterie muss ich auch noch sparen! Oh, der zieht mich jetzt nicht unter Bett vor, oder? Mach mich jetzt nicht fertig wieder! Der hat mich schon ein paar Mal geschlissert hier! Zerfenstert er mich regelrecht! Wo bist du denn? Also ich lass den mal kurz, vielleicht kann ich hier was Neues entdecken! Bis der abhaut! Der muss ja irgendwann mal Leine ziehen! Hier ein Hinweis zur Wartung der Reinigungstore! Die Ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project War Rider! Schauen Sie im Merkhof Corporation Wartungshandbuch MMPSMM180286 nach! Oder wenden Sie sich an einen der Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung! Ja, vielleicht ist der Fettsack einer der Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung! Ich weiß noch, oder? Auf jeden Fall sollen Sie das jetzt nicht verpissen, ich will hier weg! Jetzt da ist er! Oh, jetzt hätte ich raus können, ich Arsch! Oh, ich bin so doof! Das habe ich gar nicht mitgekriegt! Das wäre meine Chance gewesen, um hier abzuhauen! Jetzt ist er wieder dahinten! Kommt der nochmal nach vorne? So, mach mal auf hier, wenn ich kannst! Oh, der ist wieder ein Kopfloser! Jetzt gehe ich mal hier rein! Da ist auch schon einer! So, ich verstecke dich mal hier! Jetzt hoffe ich mal, dass der an mir vorbeigeht! Weil ich muss ja... Jetzt kommt er! Jetzt kommt er, glaube ich! Genau! Wenn er jetzt rausgeht! So, jetzt gucken wir mal! Gucken wir mal, wo der hinkt! Wenn der vorbeigeht, dann schleiche ich an dem hinten dran vorbei! Genau jetzt! So! Schnell, 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 meins! Hau ab! Hau ab! Was? Wo komme ich denn jetzt hier raus? Äh... Okay, hier kann ich mich aber gut verstecken! Ah, die Batterie ist schon wieder leer! Jetzt gehe ich hoch! Schnell, 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 schnell! Hoff ich hört das jetzt nicht! Nicht so laut, Miles! Der Scheißer hört dich doch, wenn er! Nicht so laut! Oh, jetzt geht das wieder aus hier. Aber warte rein hier. Jetzt kommt der RL die Treppe hoch, oder? Oh, ihr rasselt irgendwas. Kein denn gerasselt. Oh, ich krieg noch die Krise hier. Alter, mal auf, genau. Alles mal frei machen, damit ich mich unter die Betten verkriechen kann. Wo ist er denn? Da kommt, da kommt. Der Fetzag ist da. Geh, geh da drüber. Der Fetzag ist da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, neee. Oh, ich kann doch nicht mal rennen, weil dann hab ich ihn gerade auf der Pelle hier. Komm, geh doch mal rein. Verdammt, jetzt geht das wieder nicht auf. Oh, Mensch, switch, 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 switch. Was ist denn jetzt? Oh, nein, was ist denn jetzt los? Lauf, weiß. Geh weg, Fetzag. Geh weg, Fetzag. Alles, scheiße, ich sehe gar nichts. Nein, geh weg, Fetzag. Nein, 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 nein. Ach, nee. Nein. Oh, Mensch, 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 ich krieg noch einen Herzschlag hier. Verdammt doch mal. Der sieht auch so übel aus immer. Jetzt hocke ich wieder hier unten fest. Jetzt bin ich doch schon mal oben gewesen. Jetzt kommen wir mal auf hier. Komm, damit ich hier Fluchtmöglichkeiten finde. Wo bist du denn? Wo ist er denn jetzt wieder? Wo ist er denn jetzt wieder? Oh, ich hocke hier schon unter die Leichenbette aus lauter Panik hier. So, und jetzt geh vorbei. Komm. So, Arnis fetter Bruder schleicht jetzt gleich vorbei. So, jetzt geht er. Geh doch mal ein bisschen weiter noch. Meine Batterie geht doch kaputt. So, ihr seht, dass ich versuche, Batterie zu sparen. So, schnell, 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 schnell. Ja, du bist der Abschau. Batterie sparen, Batterie sparen. So, jetzt wissen wir ja da schon. Jetzt mach ich mal alles auf schon. Ah, nicht so laut, weil es verdammt, der hört dich doch. Irgendwo. Also, nächstes Mal muss ich mich irgendwie hier gleich verkriechen. Äh, kleine Schwein, sagt er. Ich kann ja hier nur durch. Es geht ja gar nicht anders. Ich muss hier einfach schneller sein, diesmal. Oder? Hoffentlich klappt das jetzt. Oh, jetzt kommt der wieder. Jetzt kommt der wieder, der Fletscher kommt. Lauf, lauf, Miles. Oh, nein, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Wo muss ich denn jetzt hin? Geh hier rein, 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 rein. Jetzt geht das wieder nicht. Nein. Du, 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 Miles. Fuck. Oh, nee, nee. Lauf, lauf, Miles. Lauf. Oh. Oh, ich geh noch kaputt hier. Ich geh hier noch kaputt. Aber hier komm ich auch nicht weiter. Was ist denn jetzt durch? Bei dem anderen, dann kann ich auch rein. Oh, Miles, Miles hat auch die voll die Paras. Ich höre nicht, dass das gut ist. Wo komm ich hier weiter? Da geht's auch gar nicht weiter. Jetzt muss ich an dem anderen Kerl vorbei, da, oder was? Oh, nein, 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 nein Ja, warum? Ich will das aber gar nicht öffnen. Ich will das gar nicht öffnen. Lass mich gehen. Ich will heim. Ich will einfach nur noch raus hier. Oh, warum bin ich Arschloch überhaupt hier in dieses Hölle-Loch rein? So, jetzt mal kommen wir. Warte mal. Hier, so. Mal Quadrief sparen hier. Da ist doch auch so ein Fettsack rum. Der irgendwie, der jagt da die Irren. Der Irre jagt die Irren. Es muss ein Irre sein, der Irre da. Schlecht sich mal am Rand vorbei hier. Also hier könnte ich mich verstecken. Da kommt einer. Geh weg. Geh weg. Oh, was für ein üble. Was für eine üble Hütte hier. Da macht der mir gar nichts. Der hat ja auch eine Zwangsjagre. Seidig. Du siehst so seidig aus. Ich muss dir ein Geheimnis... Ja, was hast du denn für ein Geheimnis? Sag doch mal. Sag doch mal. Was ist denn dein Geheimnis? Der hat ja gar keine Augen. Der ist ja alles zugebunden. Dem kannst du ja gar nicht reden. Und mit deinem scheiß Geheimnis. Dann schwätz doch. Ich habe keine Zeit hier. Lange, hol zu wachen. Jetzt sag doch. Was ist denn dein Geheimnis? Du wirst nicht. Du wirkst, als würde es dich jucken. Muss ich dich kratzen am Kopf oder was ist? Damit du ausspuckst. Jetzt sag doch. Was ist dein blödes Geheimnis? Ah, dann steckt... Ich will dir helfen. Ja, hilf doch. Ah, wo ist der Fettsack? Irgendwo. Da schleicht ein Fettsack rum. Was ist denn jetzt mit dem Geheimnis? Der kann doch gar nicht reden. Es juckt mich. Ja, ich kann dich nicht kratzen. Da muss ich... Ich kann... Ich klicke, aber es nützt nicht. Ich kann ja nicht kratzen. Also, dann kratze ich selber. Es kratzt mich nicht, dass es nicht juckt. Ein Moment. Ich muss nur... Ja, was denn? Was musst du denn? Jetzt mach ihn! Ah, Mensch, ich klicke... Ja, halt... Ah, ihr habt eine scheiß Panik hier. Da, kein Wunder. Guckt mal, der hat ja auch keinen Kopf. Da sollen wir jetzt keine Angst haben. Habt noch einmal. Ja, was ist denn jetzt mit dem scheiß Geheimnis? Sei nicht. Du siehst so seidig aus. Ich muss dir ein Geheimnis... Ah, das hast du schon mal gesagt. Leck mich da am Arsch. Kannst dir ein Geheimnis... Kannst dir irgendwo hinschieben. Da, da, wo die Sonne nicht scheint. So, was seid ihr für komische Penners? Aber der verfolgt mich. Ah, der... Du willst mir nicht helfen. Du willst mir doch... Fuck ihn. Oh, da mach ich ihn denn auf. Das kannst du vergessen. Da versuch ich das gar nicht. Oh, der macht hier voll einen auf... Jetzt hau aber ab! Was willst du denn von mir? Geh doch weg! Verpiss dich! Verpiss dich! Hängt er mir an der Pelle die ganze Zeit da? Siehst du ja schon wieder da? Jetzt hau aber ab! Verpiss dich! Geh weg! Behalt ein Geheimnis für dich! Da ist auch so ein kranker drin da! Komm doch mal hier rein! Dann kann ich dich hier einsperren, du Idiot! Ah, der Batterie! Komm, gib her! Komm! Genau, meine ist nämlich gleich leer! Oh, das ist wieder so ein zusammengeflickter hier! Bist du jetzt schon wieder da, oder was? Jetzt hau aber ab! Zieh die alleine! Hier war ein paar Fluchte, ah, jetzt ist es leer! Mach mal weiter! Jetzt, ich sehe es doch schon wieder da! Jetzt hau doch aber ab! Jetzt schieb ich den in die Zelle da, dann mach ich zu! So, komm, geh doch mal in die Zelle rein hier! Jetzt will der denn! Geh doch jetzt mal in die Zelle, da mach ich! Weil, der hat ja, der hat ja eine Zwangsjacke an, da kann ja auch gar nicht mehr raus! Nein, nicht dahin, du Arsch! Dahin, da! Ja, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn! So, jetzt geht er rein! Komm, jetzt geht er da rein! Der will ums Verrenkele, die die Zelle! Da, ihr rein sollst denn! Ich, ich, du! So, jetzt hau aber ab! So, wenn ich jetzt die Tür zu mache, geht das? Jetzt geht das letztendlich mal! Ja, und wie komm ich denn jetzt hier weg? Ich komm, ich komm! Da ist der andere, und hier komm ich, glaub ich, nicht weiter, oder? Oh, jetzt ist ein bisschen Ruhe hier! Oh, die machen einen Krach da drin! Ja, die, die ganzen Irren! Stehst du schon? Ja, da, behalte! Steckst die Ego in dein Scheißgeheimnis! Wie komm ich denn jetzt hier weiter? Ach, hier, jetzt seh ich das! Das könnte klappen hier! Komm! Zack! Ja, komm! Hopp! Hoppchen! Hopp! Genau, so! Nice! I'm gonna need some help, get him clean! Nice! Oh, die machen einen Krach, die ganzen Irren hier! Und der ist ein Pisse da, oder was? Also, hier geht's auch nicht weiter! Dann muss ich wohl hier irgendwie hier lang, oder? Bist du wieder für einer? Okay, der hat, ich dachte schon, der hat einen Knüppel! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Geh weg! So, runter mit dir, du Scheißkerl, du! Okay, der ist kaputt. Was ist mit dir? Hast du leise, oder was? Der hat voll die Läuse, glaube ich! Kann ich den looten da unten? Zeig dir mal! Hast du was zum looten? Nein, der hat nichts zum looten! Hopp! So, okay, jetzt ist wenigstens der Weg frei hier! Oh, Mensch, die machen mich ganz kirre mit ihrem verdammten Krach hier! Oh, du packst mich aber nicht an, wenn ich jetzt hier vorbeigehe! Ja, das merke ich! Und du bist ein Teil davon, glaube ich! So, okay, geschafft! Geschafft, geschafft, hier rein! Hier gibt's Dokumente! Da ist auch einer unter Bett! Das ist schon besetzt, aber es hilft auch nichts, nicht der Autodiversität, doch, du Idiot! Der Doktor hat mir mal erzählt, dass ein Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten würde! Und wenn ich einen modernen Menschen Magie zeige, hält er sie für Technik! Ja, ja, kann sein! Aber ich habe ganz andere Probleme jetzt hier! So, ich gehe jetzt mal kurz unter das Bett! Und werde mal schnell das Dokument lesen, was ich da gefunden habe! So, wo ist es denn? Das, hier, das wollte ich! Nachruf von Dr. Wernicke! Nachruf unter Rudolf G. Wernicke Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter, 90, verstarb am 8.6. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte! Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in der Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit den deutschen Kriegstreifen wanderte er 1949 dank seines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Las Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katze entwidmete. Ist das der Kerl, der da immer im Keller unten, der da immer die Katzen sucht, oder was? Der Katzenkerl! Da, der, der Muschikerl da! Der hat auch immer was von Katzen gefraselt. Der, der mich aus dem Schrank, also nicht der Fette, der andere, der mich aus dem Schrank gezogen hat. Wisst ihr noch, ich, 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 äh, warte, Folge, Folge 4 oder so. Oh, ich bin schon wieder ganz, ganz jimmelig hier. Kurz nach der Jahrtausendverhinte kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Merkauf-Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Ja, das ist auch schwierig hier. Da bleibt nämlich... Oh, Paras, echt. Da bleibt nämlich auch nichts übrig hier. Hier komm ich nicht weiter wieder, oder? Ja, inaktiv, da brauch ich den Schlüssel. Da geht's natürlich auch wieder nicht weiter. Das heißt, ich muss hier hoch. Ha! Da ist ne Batterie, oder? Oder? Was war das? Ich dachte, ich hätt ne Batterie gesehen. Dann hab ich mich wohl betäuscht. Oh, die machen einen Krach hier, die Viren, echt. Oh, oh, geh weg! Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Ja, jetzt bin ich wieder ganz unten. So ein Dreck! Kommt der jetzt, oder was? Oder was? Kommt der jetzt, nehmt er, oder was ist denn jetzt mit dem? Also komm, ich versuch's nochmal. Kommt, geh nochmal raus. Die ganzen Weg, da, wieder zurück. So, komm, hilfst aber hoch hier, meils! Komm! So, die ganze Bagage hier! Der, der reift mich zum Glück nicht da. Dahinter hier ist einer. Hoppa! So, jetzt versuch ich das nochmal. Oh, da war doch ein Loch. Genau, da war doch ein Loch. Schnell! Ah, da ist auch schon einer drinnen im Loch! Aber der hat selber Schiss. Glaub ich. Wir glauben nur an die falschen Dinge, das wird uns vernichten. Ja, schon möglich, aber ich hoffe mich nicht. Das reicht mir, wenn es nicht vernichtet. So, jetzt hock ich da in der Zelle, oder was? Mach' n' mal auf. Genau, mach' n' mal auf. Okay, da ist keiner. Ja. Da könnte ich mich verstecken. Ah, da ist die Blutspur wieder, das ist gut. Okay, was gibt's hier noch? Batterie? Keine Batterie, nirgends? Ein Dokument. Ah, Loch, hier ist ne Batterie. So, nimm doch mal auf. Genau. So, weil die ist hier schon fast wieder leer, die blöde Batterie. So, so, ihr könnt mir alle am Arsch lecken, ihr scheiß Irren hier. Ich hab' euch ausgetrickst. So, jetzt hier raus. Nix wie runter. Was ist denn jetzt? Ah, verdammt nochmal. Ah, das wird ja so'n dunkles Loch hier. Ja, der Ausgang, lass' dich mit der restlichen Scheiße runterspülen. Ja, Scheiße gibt's ja die Luki, ihr verdammt. Und hier soll ich wahrscheinlich runter, aber... Ich werd' erstmal da gucken. Ich brauch' ja irgendwo ein Versteck. Wenn der mich wieder verfolgt, so ein Pisser. Kann ich mich denn hier verstecken? Da, hier gibt's Schränke. Oder? Ja, das sind Schränke. Da ist Zug. Also, wenn mich da jetzt einer verfolgt. Jetzt gehen wir mal der Blutspur nach. Da gibt's auch Schränke, das ist gut. Oh, was ist denn hier wieder passiert? Da haben sie ein paar ausgeweidet. Oh, weinlich ausgeweidet haben... Oh, weiter. Hier haben sie einige weinlich ausgeweidet. Ah, da liegt auch wieder so'n Darm-Scheiß-Dreck da. Die haben sie richtig versch... Oh, das sieht so übel aus hier. Ich will mich noch nicht verstecken. Das sieht ja wieder gar nix. Also, ich geh' mal da rein. So, zack. Da kann ich was lesen. Ich hab' nämlich gesehen, ich hab' ein neues Dokument. Oder? Nee, es ist nur eine Notiz, ist es. So, hier. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Merkoth hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Potenten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Und... Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. 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 Ja, ich werde eher langsam ganz kärriger hier. Verdammt doch, aber echt? Das ist ja so kurz für mich. Oh, ich werde selber langsam irre. Ich kann mich bald einliefern hier. Ich kann nicht gleich hierbleiben. Oh, schon wieder so ein Darmscheiß. Oh, da ist wieder eine Hand. Oh, nee, nee. Und die haben mir irgendwas komisches gespritzt da. Wisst ihr noch? Da, der komische Pfaffe. Da hat mir irgend so ein komisches Medikament verabreicht. Vielleicht werde ich deswegen so langsam kärre hier. So, hier geht es auch weiter. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall runter. Was gibt es denn hier sonst noch? Okay, das ist abgesperrt. Da ist zu. Also, dann geht es jetzt hier runter ins Loch. Aber das machen wir in der nächsten Folge hier runter. Ja? Okay. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und den ganzen Schreik, wenn ihr mit mir geteilt habt. Weil ich bin schon froh, dass ich hier nicht so ganz alleine bin. Ganz ehrlich jetzt hier. Ja, okay. Wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.